So, wir befinden uns heute am Stadion Fulda, zwei Stunden vor Beginn. Ihr seht, der Himmel reißt auf, es wird warm, die Vorbereitungen laufen perfekt und wir sind natürlich auch dabei beim Sport- und Spielefest und wollen uns natürlich vorher betätigen, damit wir heute überhaupt spielen dürfen. Und wir machen natürlich vier Stationen, wir vier, und welche das sind, das wollen wir euch jetzt gleich zeigen und wir lügen los mit der ersten Station. Bis gleich! Die erste Station, Hürdenlauf, steht an und unser Danny will es schaffen. Auf geht's, Danny! Hey, hey, hey! Er hat's geschafft, die erste Station haben wir erreicht! Applaus, Applaus, Applaus!